Hallo Kameramagier, zu diesem kurzen Tutorial über Node Instancing in DaVinci Resolve. Node Instancing ist quasi das bessere Kopieren und Einfügen einer Node. Okay, machen wir es kurz. Der Shortcut dafür ist STRG-C und STRG-SHIFT-V. Und damit erzeugt es eine Kopie, die alle Änderungen auf dem Original übernimmt. Somit hast du quasi das Original, was du bearbeiten kannst und schon bearbeiten sich alle Instanzen automatisch mit. Und das ist ein wahrer Timesaver. Aber was ist, wenn du jetzt auf der Instanz nur eine Sache ändern willst oder mehrere? Dann musst du auf das Attribut klicken, was du ändern willst, mit Rechtsklick und auf die Instanz gehen. Und schon kannst du hier etwas anderes einfügen. Und wenn du es zeitlich verschieben willst, dann hau doch einfach einen Timespeed Node dahinter und erhöhe den Delay. Easy as that. So, ich hoffe, das hilft dir, um besser und schneller im Workflow in Fusion zu werden. Ansonsten schau dir doch mal meine Fusion Shortcuts an, die ich dir da oben verlinkt habe. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier.